I can't do this all on my own. No, I know. I'm no Superman. I'm no Superman. Ich wusste nicht, was ich zu Turk sagen sollte. Und dann geschah es. So, die Tür war offen. Ich weiß. Ich mach das nur gern. Was ist denn jetzt schon wieder, OP? Sie halten jetzt Ihre verdammte Klappe und hören zur Abwechslung mal zu. Ich hab Sie nämlich durchschaut, Fräulein. Sie glauben, Sie könnten den leichtesten Weg einschlagen mit dieser Operation, weil Sie Angst haben. Angst davor zu scheitern und dann könnten Sie nur sich selbst die Schuld geben. Aber, Fräulein, ich will Ihnen mal was sagen auf Bobo-Art. Das Leben ist eine Quälerei. Gewöhnen Sie sich dran. Auf einmal schien es, als würde Dr. Kelso nicht nur mit ihr reden. Und so etwas wie Patentlösungen gibt es nicht. Das Leben ist eine Quäische Musik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020